Man nennt mich Matt Jack. Und wenn es in diesen Bergen irgendjemanden gibt, der die wahre Geschichte von James Adams kennt, bin ich es. Also schreibe ich sie auf, wie sie sich zugetragen hat, in der Hoffnung, dadurch alles richtig zu stellen. Mein Freund Adams wurde eines Verbrechens beschuldigt, das er nicht begangen hatte. Er floh in die Berge und ließ das Leben, so wie er es bis jetzt gekannt hatte, hinter sich. Nun ist diese Wildnis da draußen kein Ort für einen Greenhorn. Und seine Überbrechenschancen waren ziemlich gering. Es dauerte gar nicht lange und er war total erschöpft und fast am Ende. Etwa um diese Zeit fand er ein Grizzlybär-Junges, das ganz allein und hilflos war. Und Adams wusste, dass dieses kleine Geschöpf ohne seine Hilfe nicht überleben konnte. Er kletterte also die Felsen hinunter und riskierte sein eigenes Leben, um es zu retten. Der kleine Bär schloss sich ihm sofort an und da merkte er, dass er wohl eine besondere Frage im Umgang mit Tieren hatte. Sie kamen zu ihm, als wäre er ein natürlicher Teil der Wildnis. Dieses Bärenjunge jedoch hing ganz besonders an ihn. Und als es heranwuchs, wurde es Adams bester Freund, den er jemals hatte. Beide zusammen wurden zu einer Legende. Für Männer wie meinen Freund James Adams und mich, ist die Wildnis wie ein lebendes Buch, in dem jede Jahreszeit ihre eigene besondere Geschichte erzählt. Sommer, Winter und Frühling. Und, ja, und der Herbst sogar eine noch speziellere. Denn wenn die Bäume anfangen, sich rot und golden zu färben, dann liegt eine Art Zauber in der Luft. So stark, dass man ihn fühlen kann, einfach hinfassen möchte, um ihn einzufangen. Wenn man nur herausfinden könnte, wie. Siehst du die hier, Ben? Die geben dem Eichelkuchen, den du so gern magst, den guten Geschmack. Die anderen hier, die fast genauso aussehen, nehmen wir für den Kräuter. Ich weiß, sie schmecken nicht so gut, aber die sind gut für uns. Du bist heute Morgen sehr gut gelaunt, Ben, was? Ja, ich auch. Das geht mir in jedem Herbst so. Bis zuerst. Oh, ja, es liegt etwas in einem herrlichen Herbsttag, das Tiere wie Menschen in ausgelassene Stimmung bringt und übermütig macht. Einfach etwas, das absolut verzaubert. So, das hätten wir. Wieder etwas Gutes gepflanzt für die, die nach uns kommen. Ja, genau. Ach, ach so. Was, sieh dir das an, Nummer sieben. Komm her. Da hab ich doch wirklich einen richtigen, echten Kobold gefunden. Einen kleinen, alten Kobold. Lucky Boy. Lucky Boy. Lucky Boy. Hat einer von euch gesehen, wo seine Lordschaft hingegangen ist? Lucky. Lucky, wo steckst du denn? Hier, komm her, Junge, komm her, mein kleiner Lucky Boy. Komm, hier, sieh dir. Du bist ein guter alter Junge. Jetzt geht's los, rauf mit dir. So, das hätten wir. Eure Lordschaft hätte sagen sollen, dass sie den Wachtposten für unseren Schatz gemacht hat. Schatz, hast du das gehört? Schon gut, schon gut, schon gut. Du hast ja recht, Lady Agnes, du hast ja recht. Es ist aber Zeit, weiterzuziehen. In Ordnung, Cousine Kate, geht voran. So ist es recht. Bitte, bitte. Ach du, ach du heiliger Bim Bam. Weißt du was? Das ist doch tatsächlich ein waschechter Kobold. Wie schon gesagt, ich habe ein ganzes Leben lang von ihm gehört, aber ich dachte nie, dass ich mal einen sehen würde. Was soll das heißen? Nein. Das ist das Schlimme an dir, Sieben. Du glaubst einfach an gar nichts. Also, so viel ich weiß, sind diese Kobolde sehr lustig. Ja, während wir jetzt eine Spur verfolgen, werde ich mir einen Weg ausdenken, wie wir ihn einfangen können. Das sage ich dir, Agnes wird vielleicht überrascht sein. Diesmal hast du mich geschlagen, Ben. Aber das nächste Mal gebe ich dir nicht so einen großen Vorspun. Was ist los, Ben? Was hast du denn? Sieh dir das an, Ben. Die wollen in einem Neuland ansiedeln. Das ist ein Anblick, was? Das sind Leute aus der Prärie. Die sind ganz anders. Genauso wie ihre Wagen. Aber es sind alles die gleichen Pionieren. So, da ist sie. Begad. Hallo, Nekoma. Ben und ich haben uns gerade die Leute da unten angesehen. Sie wollen sich eine neue Heimat suchen. Doko G. Der Maulesel des Häuptlings ist wieder weggerannt. Das muss ja das... Ovela di. Ja, Ben und ich würden es direkt als Ehre ansehen, dir den kleinen Kerl suchen zu helfen. Oh. Da kommen wir. Also das kleine Langohr, der Lieblingsmaulesel des Häuptlings, war, was das Weglaufen betrifft, einfach unberechenbar. Natürlich meinte er es nicht böse, aber dann und wann schien es ihn einfach über den Berg zu treiben, nur um zu sehen, was auf der anderen Seite war. Ich wusste natürlich nicht, auf was ich klein Langohr da einließ. Ich hatte ja mein eigenes Problem. Und da wollte ich einen gewissen Kobold einfangen, was man nach bestimmten Regeln tun muss. Versteht ihr? Also Nummer sieben, hier geht es nicht ums Fallenstellen, hier geht es ums Fangen. Weißt du, so sind nun mal die Spielregeln. Oh ja, wenn man den kleinen Kerl am Bein packen kann, dann verrät er dir, wo der Topf mit dem Gold versteckt liegt. Verstehst du, diese Kobolde können mit Gold nichts anfangen, weil sie wissen, dass wir Menschen es gut brauchen können. Und deshalb machen sie ein Spiel daraus, es zu verstecken. Sie sehen es gern, wenn wir uns regelrecht, wer weiß, wie zum Narren machen, bei dem Versuch es zu finden. Aber ich nicht. Oh nein. Und so lustig sie auch sein mögen. Wenn man sie fair und richtig einfängt, direkt an der Ferse, so wie die Spielregeln lauten, dann sagen sie einem, wo der Goldtopf versteckt ist. So ist es. Da kommt er. Los, hierher. Was bedeutet das? Ich hab dich gefangen, Kobold. Ich hab dich genau an der Ferse erwischt. Warum haben sie das getan? Ich hab dich genau, wie sie Spielregeln vorschreiben. Würden sie wohl meinen Fuß loslassen und mit dem Blödsinn aufhören? Was sind sie denn überhaupt für ein Wilder? Ich bin kein Wilder. Ich bin ein Mann der Berge. Mein Name ist Medcek. Oh, den Namen haben sie zu Recht. Du bist ein Kobold. Hören sie doch damit auf. Wissen sie nicht, dass Kobolde so klein sind, etwa so hoch? Ja, ein Kobold könnte Lady Agnes hier einen Sattel auflegen und sie in einem Hindernisrennen reiten. Sag's ihm, Lady Agnes, sag's ihm, ja? Du kannst mich nicht reinlegen. Ich hab nicht zu schaffen mit deiner Sattelgans. Also? G-G-G-G-G-G-G-G-Ganz ruhig. Jetzt immer mit Ruhe. Der Bursche ist total verrückt. Nimm dich in Acht vor ihm. Hören sie denn auch schwache, leise Stimmen? Du bist ein hinterlöstiger kleiner Kerl. Aber ich bin natürlich klüger als du. Also ich habe dich genau bei der Ferse erwischt. So, wie es die Spielregeln vorschreiben. Und deshalb habe ich jetzt einen Wunsch frei. Was hast du in dem Karren da? Was ich aber nicht völlig ausschließe, dann hätten sie nur einen einzigen Wunsch frei. Ist das ihr Wunsch, zu wissen, was in den Karren ist? Nein. Das war kein Wunsch, das war eine Frage. Tatsächlich. Du bist lustig, 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 aber ich bin zu klug für dich. Also, mein Wunsch ist, ich möchte wissen, wo der Topf mit dem Gold versteckt ist. Ach so, das wollen Sie. Aha, dann kommen Sie mal mit, aber verlaufen Sie sich nicht. Von den beiden muss der falsche Dillers tragen, glaube ich. Also, ich hielt das für den glücklichsten Tag meines Lebens. Und während ich diesen kleinen Kobold zu dem Haufen Gold zurückführte, hatten Adam und Nekoma kein Glück bei ihrer Suche nach dem Maulesel des Häuptlings. Hier ist es, da vorn, genau da. Da ist es? Mhm. Also, wenn du mir mal deine Schaufel borgst, fange ich gleich an. Ach, das ist ja ein Pech, lieber Freund. Aber wir dürfen kein Werkzeug verleihen. Die Spielregeln, verstehen Sie? Die Spielregeln müssen stark eingehalten werden. Aber wenn ich jetzt meine Schaufel hole, woher soll ich dann wissen, welcher Baum das war? Die sehen doch alle gleich aus. Oh, die Antwort darauf habe ich hier in meiner Tasche. Genau da. Hier. Sie bitten eine wunderhübsche Schleife darum, und dann erkennen Sie ihn, wenn Sie zurückkommen. Na los, nehmen Sie es, mein Lieber. Ich habe massenhaft davon in meinem Karren. Ha, warte noch eine Minute, kleiner Kobold. Woher weiß ich, dass du das Band nicht wieder abnimmst, wenn ich weg bin? Oh, verwerfen Sie diesen Gedanken. Ich werde das nicht anrühren. Ja, man würde mich mit der Zunst der Kobold rauswerfen, wenn ich so etwas täte. Oh, nein, nein, nein. Nicht im Traum würde ich an so etwas denken. Naja. Also gut. Du kannst das jetzt abnehmen. Schon besser. Jetzt haben wir es. Nein, nein, nein. Danke. So, jetzt werde ich einfach dieses Band um diesen Baum hier binden. Und dann hole ich sofort meine Schaufel. So, das ist hübsch. Also, gehen wir. Hallo, Ben. Ist Adams hier irgendwo in der Nähe? Ich bin hier oben mit einer Koma. Sie sind lang, aber du hast die nicht gesehen, oder? Nein, nein. Und ich habe auch keine Zeit für Höflichkeitsfloskeln. Und den Maulesel des Häuptlings habe ich auch nicht gesehen. Aber ich sage dir, was ich gefunden habe. Ich habe doch tatsächlich einen lebendigen, echten, wahrhaftigen Kobold gefunden. Und ich habe ihn an der Ferse erwischt, wie es Vorschrift ist. Dafür hat er mir gezeigt, wo der Topf mit dem Gold... Nein, der hier ist echt, sage ich dir. Der kam hier den Weg runter. Mit einem einhörnigen Ziegenbock, der den Karn zog. Und mit einem großen, zotteligen Hund und einer Sattelgans. Weil er schuhe. Aber es ist den. Weil er läser. Mir ist kein Ast auf den Kopf gefallen. Wenn ihr mir nicht glaubt, mache ich euch einen Vorschlag. Ich führe euch zu der Stelle, wo der Topf mit dem Gold verweckt ist. Du kannst auch mitkommen, Ben. Komm schon, Ben. Mein Adam, das schlimmer an dir ist, dass es dir immer noch eine gehörige Portion von einem Greenhorn steckt. Und du, Neckoma, du bist wie Nummer 7. Du glaubst nichts, was du nicht mit eigenen Augen siehst. Wartet nur, bis ihr seht, wie ich diesen Kobold überlisten habe. Ist nicht mehr weit. Das Glück der Iren. Genau unter diesem Baum mit dem gelben Band dran, da liegt mein... Mein Topf mit Gold. Mein Topf mit Gold. Also. Das war ein Kobold. Wer hätte mir sonst so einen gemeinen Streich gespielt? Nummer 7. Wir werden den kleinen Burschen finden. Und diesmal werden wir ihn schnappen. Und diesen Topf mit Gold kriegen. Passt nur auf. Also mir kam es so vor, als wäre dieser Kobold losgegangen und hätte sich einfach in Luft aufgelöst. Jedenfalls war er an keinem der Plätze zu finden, wo ich ihn suchte. Und Neckoma hatte ebenso wenig Glück, kleinen Langohr zu finden. Wir waren jedoch nicht die einzigen, die Probleme hatten, etwas zu finden. Er muss vor Sonnenaufgang losgegangen sein. Ich habe jetzt den ganzen Berg abgesucht und keine Spur von ihm entdeckt. Ach, ein sturer, dickköpfiger Mann ist das. Sicher, und du bist nicht anders als dein Vater. Wenn du nicht versucht hättest, ihn zu überreden, die Tiere zu verkaufen, wäre das alles nicht passiert. Die sind so lästig und stehen dauernd Kinderschuhen, dass er weg ist. Sie würden bestimmt nicht ruhig schlafen, wenn sie das wüssten. Hier ist ein Porridge. Ich habe keine Zeit dafür. Ich muss ihn finden, und zwar schnell. Der arme alte Mann ist da draußen, ohne einen Freund auf der Welt. Sitzt da ganz allein irgendwo in der Wildnis und ist fast gelähmt vor Angst. Schönen guten Morgen wünsche ich dir, Lady Agnes. Ach, das ist ein herrlicher Platz. Und Lucky Boy, hast du jemals so entzückende Eichhörnchen erblickt? Oh, diese grandiose, winzige Hütte im Wald sieht doch aus, als stamme sie aus einem alten Märchen. Ich sage euch, wir werden hier alle glücklich leben. Ach, du willst, dass ich eine Tanzmelodie spiele? Na gut, ich spiele dir ein Stück aus Fildefrusis Ball. Für unsere netten Freunde, für euch alle. Oh, du bist doch der größte Tänzer der Welt. Wirklich. Sind Sie etwa für den Kuh, der mächtige Riese aus dem Westen? Nein, Sir, sicher nicht. Ich bin nur ein ganz normaler Mann. An diesem Platz wohne ich. Oho, und was für ein reizendes Haus das ist. Da haben Sie Wunder über Wunder vollbracht. Und das ist die Meinung von Patrick Diffidoodle McGinty. Reisender, Musikant, Gelehrter und Gentleman Kesselflicker für die Welt im Allgemeinen. Und hier ist meine Hand drauf. Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. McGinty. Ich bin James Adams. Was ist ein Kesselflicker? Was ein Kesselflicker ist, Mr. Adams? Na ja, ein Kesselflicker repariert Töpfe und Pfannen und ist gleich zur Stelle, wenn etwas heil zu machen ist. Ein Poet, ein Sänger und ein großartiger Gesellschafter für alle. Denn er ist in der Welt herumgekommen und hat alles gesehen, was es zu sehen gibt. Ihre Ziege frisst mein Werkzeug auf, Mr. McGinty. Machen Sie sich keine Gedanken um sie. Sie hat in Ihrem Leben schon viel Übleres gefressen. Was ist denn los, Ben? Ach, es ist sicher wieder das Werk von der kleinen Gläht. Tja, Sie werden merken, dass sie nur ein winziges Stück herausgefressen hat. Sie ist überhaupt nicht ihr. Das ist aber ein schöner Hund, den Sie da haben, Jamie. Das ist ein Grizzlybär. Der ist mein Freund. Er ist trotzdem ein schöner Hund. Wir haben alle Freundschaft geschlossen mit Ihren schönen kleinen Eichhörnchen. Mr. McGinty, ich glaube, Sie sind ein bisschen durcheinander. Das sind keine Eichhörnchen, das sind Skunks. Und das ist Joshua, ein kleiner Waschbär. Und das ist Lord Lucky, ein Limerick und ein fabelhafter Wachhund ist er auch. Oh, und das ist Lady Agnes. Wirklich eine liebevolle Seele und im Großen und Ganzen ein lauterer Charakter, aber neugierig. Oh, schrecklich neugierig. Mr. McGinty, Ihre Ziege ist auf meinem Dach. Ach, da machen Sie sich mal gar keine Sorgen, Genie. Die ist sehr agil für Ihr Alter, wirklich sehr agil. Ach ja, ist das nicht großartig, wie Sie sich alle niederlassen und es sich bequem und gemütlich machen? Wie eine einzige große glückliche Familie. Ja, schön, Mr. McGinty. Ich glaube, wir haben Jacks verloren in Kobold gefunden. Der Lieblingsmaulesel des Häuptlings war in ein für ihn fremdes Gebiet gelaufen. Und er versuchte nun ein paar neue Freunde zu gewinnen. Aber er hatte nicht viel Glück. Eigentlich wollte er nur ein bisschen Spaß haben. Aber diese Wildgänse hatten sich ihr Revier abgesteckt und waren nicht in Stimmung für Spiele. Klein Langohr dachte sich also, am besten wäre es, wenn er sich weiter umsehen würde. Denn dieses Federvier hatte gewiss nicht die Absicht, seinen Schwarm um einen Mausel zu vergrößern. Das ist der richtige Weg. Sehr gut. Ach, jetzt haben wir hier in den Bergen einen wunderbaren Platz gefunden, wo wir bleiben können. Und ich wette, dass uns von jetzt an niemand mehr vorschreiben wird, was wir zu tun haben. Nicht niesen. Nicht jetzt. Du darfst nicht niesen. Nicht niesen. Nicht niesen. Nicht niesen. Nicht niesen. Ich hab dich endlich, Kobold. Und diesmal... Hab ich dich! Jetzt, 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 warte mal. Ruhig, ruhig, ruhig. Ich weiß zwar nicht, wie du dich verwandelt hast, aber ich lass mich nicht noch mal von dir reinlegen. Mr. McGinty, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns mal ein bisschen unterhalten. Unterhalten? Ach, Unterhaltung ist fabelhaft. Das ist die Musik der Freundschaft. Ich möchte Ihnen gern helfen. Aber ich weiß ja nicht mal, wo Ihre Schwierigkeiten liegen. Schwierigkeiten? Schwierigkeiten? Ich hab keine Schwierigkeiten, oder? Ich weiß, dass Sie und Ihre Freunde nicht allein hergekommen sind. Also muss da noch jemand anders sein. Oh, Sie, 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 Sie wissen Bescheid über ihn. Ich hab's mir gedacht. Wollen Sie mir nicht alles erzählen? Ich mache noch etwas Besseres. Sie sind ein guter Mann, James Adams. Und genau wie ich können Sie wunderbar mit Tieren umgehen. Ich werde Sie also zu ihm bringen. Schon gut, Lucky, mein Junge. Nein, 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 nicht tanzen, nicht tanzen. Das ist eine ernste Angelegenheit. Komm schon, mein Freund. Komm, Ben. Klein Landor kannte sich in diesem großen, weiten Land auch nicht aus. Er wusste nur, dass heute einer dieser schönen, prickelnden Herbsttage war, die sich so gut für Abenteuer eignen. Und dass vor ihm eine ganz neue Welt lag, in der er diese Abenteuer suchen konnte. Es bedurfte allerhand Arbeit, aber hier in den Bergen gibt es keinen besseren Pferdensucher als Nekoma. Und schließlich fand er auch die Spur von Klein Langor. Nekoma hätte den kleinen Kerl fast eingerollt. Er war ungefähr noch 100 Meter von ihm entfernt. Aber dann kam diese Hängebrücke, die beim Betreten jeden Moment runterstürzen konnte. Jetzt kennen Sie die ganze Geschichte. Sie werden verstehen, weshalb ich Sie alle zurücklassen musste. Sicher tut mir das weh und mein Herz bricht mir, aber es ist am besten so, am allerbesten. Naja, Mr. McGinty, ich glaube nicht, dass Sie recht haben. Für mich ist eine Familie das Allerwichtigste. Ah, hier sind wir. Jetzt sind wir hier. Ich zeige Ihnen den Schatz meines Lebens. Und dann werde ich Ihnen sagen, warum ich ihn versteckt habe. Gleich hier runter. Was ist denn, Mr. McGinty? Er ist weg. Oje, oje, wo kann er denn hingelaufen? Sie sind seit Generationen und Generationen in meiner Familie. Ich habe sie für meine Enkel aufgezogen. Oh, ich bin vernichtet. Das bin ich vernichtet. Wo ist er? Dann müssen wir ihn suchen gehen. Ben, ich brauche deine Hilfe. Hm? 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 Wir müssen jetzt Spuren suchen, Ben. Du sollst die Witterung von Sweet William aufnehmen. Ich möchte, dass du ihn für mich suchst. Wir finden ihn schon, Mr. McGinty. Ich verspreche es. Ben wird seine Spur suchen. Wollen Sie mitgehen? Sie, Sie, Sie gehen am besten schon vor, Mr. Edden. Ich, ich, ich werde hier noch ein bisschen suchen und dann komme ich später nach. Machen Sie sich keine Sorgen. Oh, sweet William. Was hast du gefunden? Jack. Hätte ich mir denken können. Sieht aus, als wäre er zur Hütte zurückgelaufen. Koll! Edems! Hey, Edems! Komm schon, Nummer 7. Ich habe diesen hinterlistieren kleinen Kobold wieder gefangen. Er ist hier im Käfig. Edems! Wo zum Teufel steckst du? Jack! Hallo, Jack. Was ist hier passiert? Hat dir ein Orkan gewütet? Ja, ein kleiner. Was hast du da? Das hier. Das ist der Kobold. Ich habe ihn wieder eingefangen. Fair und richtig. Das ist doch nur ein kleines Schwein. Mit einer Schnur um den Hals. Das ist doch bloß ein Ferkel. Nein, in dieses Ferkel hat er sich verwandelt. Ich stand da und habe ihn genau beobachtet. Hat er sich im Käfig in ein Schwein verwandelt. Ja, das ist die Wahrheit. Jack. Helms. Ah, Mr. McGinty. Oh, die Heiligen sollen gepriesen sein. Alle Heiligen sollen gepriesen sein. Das ist mein guter alter Sweetwild. Sie haben ihn gefunden, James Adams. Wie kann ich ihn jemals danken? Oh, Mr. McGinty, ich habe ihn nicht gefunden. Mein Freund Jack hat ihn gefunden. Adams, das ist der Kobold, ja. Oh, das ist er persönlich. Das ist der wilde Mann aus dem Wald. Melch Jack, der Fußschnapper. Jack, Mr. McGinty ist kein Kobold. Er ist ein Kesselflicker. Und du hast ihn mit deinem Seil am Fuß gefangen. Na ja, das habe ich nur einmal gemacht. Das soll ein Kesselflicker sein? Mr. McGinty, Jack ist ein alter Freund von mir und ich weiß, dass er sich manchmal sonderbar verhält, aber er ist einer der nettesten Menschen, die ich kenne. Im Moment scheint er ja ganz nett zu sein. Tja, Lady Agnes. Sweet William ist wieder bei uns. Hast du ihn gesehen? Kleine Kate! Kleine Kate, hast du schon die Neuigkeit gehört? Adams! Bist du auch sicher, dass es kein Kobold ist? Er sieht doch wirklich aus wie einer. Also Jack, das weißt du doch ganz genau. Es gibt keine Kobolde und keine Feen. Mr. McGinty ist einfach ein netter, kleiner, alter Mann mit einem wirklich großen Problem. Wir müssen ihm helfen. Er hatte eine Auseinandersetzung mit seinem Sohn. Sein dickköpfiger Stolz hält ihn davon ab, zurückzugehen. Ich muss sie finden, Jack. Und ich muss sie jetzt finden. Eine ganze Familie steht auf dem Spiel. Ich möchte, dass du hier bei ihm bleibst, ja? Pass auf ihn auf und behalte ihn wieder. Komm schon, Ben. Wir gehen. Vielleicht war irgendjemand unterwegs, um McGinty zu suchen. Vielleicht aber auch nicht. Wenn er tatsächlich ein Kobold war, dann hätte er Adams genauso überlisten können wie mich. Aber auch das hätte keine Rolle gespielt für Adams. Der würde für alle dasselbe tun. Mensch oder Tier oder Kobold. Für alle. Er konnte einfach niemanden in Schwierigkeiten sehen, ohne zu versuchen, ihm zu helfen. Wo glaubst du wohl, wo du hingehst? Oh, Jack, mein Freund. Ich und die anderen, wir haben gerade Ihnen überlegt, ob sie schon mal was vom Feenreigen gehört haben. Nein. Nein, nein. Du wirst mich nicht noch mal reinlegen. Adams sagt, solche Geschöpfe gibt's gar nicht. Naja, wahrscheinlich hat er recht. Aber andererseits, wer will das wissen? Den Feenreigen haben die kleinen Männchen getanzt, kurz bevor sie den Topf mit dem Gold genau in ihrer Mitte vergraben haben. Wussten Sie das? Oh, nein, nein. Also, wir gehen hier nicht eher weg, bevor Adams nicht wieder zurück ist. Der Schatz ist nicht weit von hier vergraben. Und wir haben Unmengen von Zeit. Kommen Sie, mein Freund. Ich zeig Ihnen, wo er ist. Kommen Sie. Ich packe nur noch Nummer 7. Dazu ist keine Zeit. Gar keine Zeit. Sie werden sehen, dass der Kreis aus Edelsteinen gemacht ist. Er schmilzt bereits. Kommen Sie schnell. Beheilen Sie sich. Halt, 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 halt. Hier, lassen Sie mich mal sehen. Jeppo, mein Freund, wir haben Glück. Hier fängt der Kreis an. Aber wir müssen das noch irgendwie markieren. Wir haben ja nichts hier, um was zu markieren. Ach ja, ein... genau das Richtige. Ihr Hut. Hängen Sie ihn in den Busch. So ist es gut. Also, Lucky, du bleibst hier und passt auf alles auf. Denn genau an dieser Stelle beginnt es. Kommen Sie schon. Nummer 7. Du behältst sie jetzt im Auge. McKinney. Wie groß ist dieser magische Zirkel überhaupt? Ach, jetzt ist es nicht mehr weit. Nicht mehr sehr weit. Na, hoffentlich. Mir gehen nämlich langsam die Markierungszeichen aus. Na ja, hängen Sie einfach Ihre Hose daran. Seien Sie bitte so nett. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Elms hat gesagt, ich soll ihn auf keinen Fall aus den Augen lassen. Warte noch, McKinney. Aufschleck, weg. Was haben Sie denn, Jacko? Hier, hier hinterlassen wir... Na, dann bleiben Sie genau hier stehen und ich lauf schnell zurück und hole was. Bleib nicht zu lange weg. Ich weiß. Ich, äh... Ich stehe schließlich nicht gerne in Unterwäsche hier rum. Es hatte den Anschein, dass sowohl Nekoma als auch ich feststellen mussten, dass große Probleme in kleinen Paketen ankommen. Klein Langohr befand sich vor einer Schlucht, die durch einen Erdrutsch entstanden war. Und hinter sich hatte er diese alte, wackelige Hängebrücke. Nun war diese Schlucht zwar nicht besonders breit, dafür aber ungeheuer tief. Etwa zu diesem Zeitpunkt stellte Nekoma fest, dass es ihm nicht sehr viel besser ging als Klein Langohr. Er brauchte Hilfe. Aber er konnte nicht weggehen und den kleinen Maulesel allein lassen. Er wünschte sich, er hätte vorhin Adams Angebot, ihm zu helfen, doch angenommen. Er hat sich nicht so gut. Gah! Mit Dinti! Ich hätte vor Wut einen Stein fressen können, weil ich nicht wusste, was schlimmer war. Von diesem kleinen alten Burschen zum zweiten Mal hinters Licht geführt worden zu sein oder weil er allein weggelaufen war, wodurch er in Schwierigkeiten kommen konnte. Er ist auf dem Weg zu dieser alten Schlucht. Ach du lieber Gott, er wird ganz bestimmt versuchen, diese wackelige alte Brücke zu überqueren und er... Wir müssen ihn aufhalten. So, das holen wir uns später. Oh, okay. Komm, was? Oh, du Parallenheilig, wir werden angegriffen, Freunde. Bildet einen Kreis, bildet einen Kreis. Halt ihn auf, Dickoma. Sieh zu, dass du ihn erwischen kannst. Hol ihn! Schon wieder dieser Fluss. Oh, mein Fuß sitzt wieder fest. Stille, Gast. Ach, das ist, äh, das ist, äh, eine lange, lange Geschichte. Lass ihn los, Nekoma. Das ist Nekoma, Adams Blutsbruder. Also, die Brücke ist ziemlich kaputt. Und das lange ist auf der anderen Seite. Und für so etwas die ganze Aufregung? Nur keine Angst. McGinty ist dabei. Ich verstehe jetzt, was Sie meinen. Es ist alles nur gekommen, weil ich so gedrängt habe. Aber wenn wir nicht über die Berge sind, bevor der Schnee kommt, dann setzen wir bis zum Frühjahr hier. Und wir haben fast kein Geld mehr. Sie sind ein guter Zimmermann. Und Wagenmacher. Und Mr. McGinty ist Kesselflicker. Die Siedlung könnte Sie beide gut brauchen. Also, ich weiß nicht, ob ich jemanden bitten könnte. Dieses Land fängt an zu wachsen, Mr. McGinty. Die Menschen helfen sich gegenseitig. Sie helfen sich, weil sie es wollen. Ach, nein, nein, nein. Das funktioniert schon. Ich hab das mal mit Hartdruck oben über einem Schneefeldklebschei gemacht. In, äh, in, äh... McGinty, das ist... Nein, nein, nein. Los, geh beiseite. Du sollst zurücktreten, Nekoma. Nichts wissen, was wir tun. Na los, Nekoma. Ich hab dich gesichert. Also, eins muss ich sagen. Ich weiß wirklich, welcher von euch der dümmere ist. Ich sage Ihnen, Sie stellen das ganz verkehrt an. Halt dich fest, Nekoma. Ich halte dich. Hör auf mich. In Ordnung, Leute. Bleiben Sie, wo Sie sind. Gehen Sie nicht weg. McGinty wird kommen und das ganze Problem für euch lösen. Ja. Ja, ich mache das in guter Kesselflicker-Manier. Es bedarf eines Kesselflickers, um zu wissen, was in so einer Situation zu tun ist. Meine Freunde, das ist nicht schwieriger als ein Spaziergang durch den Park. Ganz ruhig, Nekoma. McGinty holt Sie da raus. Das ist er selbst. Komm, Ben, schnell. Dad, tu's nicht. Komm zurück. Halt dich fest, Nekoma. Wir holen dich da raus. Geh zurück, Jack. Gib mir das Seil. Ich muss weg. Wir kriegen ihn wieder raus. Das war eine große Hilfe, Devon. Danke. Und nun zu dir, mein kleiner Bursche Sei jetzt ganz ruhig, wir werden da rüber gehen Sei ganz schön ruhig Du musst ganz ruhig sein, siehst du das? Du gehst genau da hinüber Ne Koma, achte du auf kleinen Langohr Ich geh rüber und hol McGinty Mr. McGinty, bleiben Sie da, wo Sie sind Jetzt Sie, Mr. McGinty Ich? Sie schaffen es Ganz ruhig und langsam Langsam Ich, ich Ich weiß nicht, mein Junge Ich glaube nicht, dass ich es schaffe Du schaffst es, Dad Du bist Patrick McGinty Du schaffst alles Bitte, Dad Sie machen das sehr gut Ganz vorsichtig Langsam Vorsicht, Eddie Halt dich fest Das machen Sie gut Vergiss Ihre Hand Halten Sie mich fest, Herr Rems Meine Beine Ich habe Sie im Griff Wir halten dich Erlösen Sie sich an mir fest Sie gehen rauf Ganz langsam So Ihr Immer noch der alte Schnapper, wie ich sehe Kannst du mir verzeihen, Dad Ich habe erkannt, was ich getan habe Wirklich Willst du nicht zu denen zurückkommen, die dich lieben Also, wenn ihr mich liebt, müsst ihr auch meine Tiere lieben Mr. Adams hat mich einiges über die Liebe zu Tieren gelehrt Willst du mir nicht den Rest beibringen? Du bist vernünftiger geworden Wir haben viel, wofür wir Ihnen danken müssen, Jamie, mein Junge Ja, das stimmt tatsächlich Wissen Sie Ich sage es sehr ungern nach allem, was Sie für uns getan haben Aber Ihre Hütte, die haben Sie ja total sich selbst überlassen Also Wollen Sie nicht, dass wir vorbeikommen und alles wieder schön in Ordnung bringen? Ich würde mich freuen, Mr. McGinty Wenn Sie und Devin sich auf den Heimweg zu Ihrer Familie machen würden, die auf Sie wartet Er wäre ein großartiger Familien Dann lass uns gehen Kubolde Ja, er sah so aus wie einer und benahm sich wie einer Außerdem, sieh dir das an Hier, das hat er mir geschenkt Für alle meine Bemühungen Sieh dir das an Tja, also Das ist wirklich nett, Jack Ja Ein hölzernes Geldstück Das ist wirklich nett Was gefällt dir denn daran nicht? Die Himmeltheid Deep inside the forest Stears a door Into another land Here Is our life and home We are staying Here forever In the beauty of this place All alone We keep on hoping Maybe There's a world where we don't have to run Maybe There's a time we'll call our own Living free in harmony and majesty Take me home Take me home Take me home Take me home Take me home